Die Zukunft der Energiewirtschaft liegt in der intelligenten Vernetzung vom Erzeuger über alle Wertschöpfungsstufen hinweg bis zum Verbraucher. Dabei ist es Aufgabe der Digitalisierung, maximale Effizienz, Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Die Digitalisierung der Energiewirtschaft ist mehr als Null und Eins. Neben der Technologie muss ich auch den Menschen und die Unternehmenskultur betrachten. Die Energiewirtschaft wird bunter. Graue Haare als Einstiegsvoraussetzung für das Management sind nicht mehr aktuell. Im Energiewirtschaftsrecht bin ich am Puls der Zeit. Wie man Energiefragen regelt, ist für mich von der ältesten Star Trek-Folge bis zur jüngsten Fachmoderation immer eine zentrale Zukunftsfrage geblieben. Energiewirtschaft bedeutet für mich die konsequente Berücksichtigung des energiepolitischen Zieldreiecks unter der Maßgabe einer ausgewogenen, Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit.